Was der f... Junge, what the hell is that, ey? Ah, Light Cap, meh, TD Cap, meh, da war alles nicht so, ne, ne, lass Lighting top of the tree machen. Lass Lighting und Battle Pass anbieten. So lost von WG. Es ist wirklich richtig lost, dass es noch kein maximal 3 TD Cap und maximal 2 Light Cap gibt, wirklich. Ich muss auf jeden Fall ganz hinten lang fahren. Dieser, grüßen dich, hey. Gegner haben den Heavy Tank Platoon, das sieht gefährlich aus. Wir haben leider nur ein billiges Light-Adi-Platoon. Keiner unserer Lighttanks nimmt eine Scout-Position ein. Guter Start, gutes Zeichen. Perfekt. Super. Halt den Mardum. Oh mein Gott. Okay Einst in Oven Unser Team hat leider auch maximal defensiv schon wieder unterwegs, ne? Guck mal hier, ich bin nicht offensiv, das ist keine offensive Position, aber dennoch bin ich der Erste in der, der Erste, der hier überhaupt irgendwas macht. Ich weiß nicht, soll ich direkt rückwärts fahren nach dem Spawn oder wie? Ist das die richtige Herangehensweise heutzutage? Kann doch nicht wahr sein, da. Ich meine, wir haben drei Lights, keiner von denen spottet. Bis auf den Manticore, der sich jetzt mal zwei Meter vorbewegt hat. Jesus, Digga ey. Aber es hat auch eine absolute Scheißkarte für so einen Tank. Breh, unser Team da. Ich kann die Chance anzukommen. Da auch nicht. Digga, dreimal Scheißarm X hier drüben, du. Fuck off. Ist das ekelhaft. Wie bitte? Mein liebes Spiel, wie bitte? Wo ging der Schuss hin? Musik 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 Das war's. Das Team muss, muss bitte verstehen, dass man da drüben nicht pushen kann. Das wäre ganz wichtig. Wir müssen einsehen, dass man da nicht vorwärts fangen kann. Er stirbt. Er ist schon tot. Er hat schon kassiert, fährt dann halt wieder gleich ein. Aktive Spritzer sind wir nun, aha. Aktiver Spritzer ist nur, wer andere aktive Spritzer nennt. Hat meine Mutter gesagt. So, ich werde mich mal hier drüben aufhalten. Schade, dass ob ich das leider schon komplett down. Ich muss weg aus der Mitte der Karte, weil wir da niemanden haben. Ja, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, okay. Damn. Anyway, danke sehr viel für mich für das Lunch Break. Don't you even stop. Don't you even stop. Clicking is a very tricky thing to do, okay? I get to sit here, I get to run away. No, I should be okay, actually. They've got a WT in our base. I get to sit here, I get to start to digest my food like a snake, you know. All of my focus starts to go into the digestion process. All jokes aside, I should have been more active in this game. When you play artillery, it's not enough to just sit at the back of the map and camp. What you have to do, what you have to do is think about lots of important things, like clicking. See? Important clicking. Important clicking. Okay, good. 26 is fine. That's fine. Okay. 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 Oh, come on. That gorilla has avoided me far too long. Rough game for me so far, boys and girls, I'm not going to lie. Nice double stun. Wait a minute. I can't believe that gorilla has just survived. How is he still alive? It doesn't even make sense. It legit doesn't even make sense how that gorilla is still alive. Seriously. Like, how? The dude's literally just been sitting out in the open on like 20 hit points. Maybe everybody thinks like, oh, somebody else is going to kill him. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hinmöchte bzw. nicht hinmöchte, sollte oder wie auch was auch immer. Ich bin mir nicht sicher, was ich hinmöchte. Was ist das? oh man oh i love the fact that they put wtlp100 rentals in the game dude we need to have more we need to have more wtlp100 rentals in the game dude i've only got three stunning shells left felt like i dc for a second there everyone stopped moving i'm gonna switch for damage shells and try and kill him still only 111 damage they call me piggy baby my artillery skills improve dramatically after each bite of the sandwich which i don't care exactly red flag you got it dude oh gg close game but no one can defeat quacky baby with a sandwich gut sprechen wir nicht über die runde ne jesus christ wir hatten leider drei absolute kloppo lights ne alle maximal passiv die gegner lights maximal offensiv da in der mitte unterwegs 6.5k spot was hat unser light 160 2 3 0 was wirst du machen auf so einer riesen offenen karte ohne in team i played badly in artillery there though in all honesty oh number five on damage number six on xp all right now that our sandwich is eaten we don't have to play what how much damage these wtlp100s are doing wow very good player here is he a new wtlp100 play three games 1500 average not so good oh my god it was myelin he must have like about 5000 average damage in his wt 3800 is he gonna is he trying to go for his three mark oh he is oh no good luck dude i hope you can manage it i'm sure you will you're a god tier player sorry dude ah i didn't mean that all right was it him i hit who did i hit oh i did 879 how much did i hit the gorilla for only 87 god i could i couldn't hit the gorilla for crap but just you know it's just sandwich o'clock i'm gonna boost that